Wir gehen jetzt, lassen wir mal wissen, hey, da war ich jetzt in KZE, also Gott, ich schaue auf, wie es kommt, und ich komme in, dass wir vielleicht in den Laden, das heißt, das ist dann, dass wir die Kasten, die runtersteigen, und das ist eine alte Organs-Kurse, die wir auf dem KZE, die wir auf dem KZE haben, und sagen, Leute, ich bin jetzt auf, weil er draußen fährt, ich bin jetzt auf, ich bin jetzt auf, ich bin jetzt auf. Ich bin jetzt auf, ich bin jetzt auf. Ich bin jetzt auf, ich bin jetzt auf, ich bin jetzt auf. Ja, ich bin jetzt auf. Nein. Ja. Das ist das, was wir hier sehen. Rundfunk Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.